Musik Hallo und herzlich willkommen zur Revue einer neuen Ausgabe unseres humoristischen und satirischen Wochenrückblicks. Ja, ich bin wieder allein. Der Felix ist nach wie vor in seinem wohlverdienten Urlaub und niemand hat es so verdient wie er. Er hat tolle Fotos gepostet vom Urlaub. Darf ich jetzt nicht sagen, will ich auch nicht sagen. Aber er hat es, glaube ich, ganz fein. Ja, und wieder sagen, ich bin in unserem weihnachtlichen Studio heute angelangt. Ja, es weihnachtet sehr. Wie wir wissen, Advent, Sonntag, erst Advent. Und das erste Highlight haben wir schon hinterher ausgebracht. Das amerikanische Phänomen Black Friday. Oder wie es frei übersetzt heißt, der ganze Müll muss raus, Tag. Ja, wieder so ein amerikanisches Phänomen, das wir übernommen haben. Black Friday. Ich merke es meist, dass Black Friday ist, weil ich E-Mails kriege ohne Ende. Black Friday-Angebote für alle möglichen Geschäfte. In Deutschland fällt heute Black Friday übrigens aus, weil die haben schon ein Black Wednesday gehabt. Ja, der schwarze Mittwoch, wo, ja, wie soll es anders sagen, ich bin ein Japaner. Nein, es ist Wahnsinn, WM in Katar. Wie wir wissen, wir sollten es nicht schauen, niemand schaut WM in Katar, alle boykottieren es. Aber wie wir wissen, die deutsche Nationalelf hat als Top-Favorit in Japan verloren. Kann auch mal passieren, ist nicht so schlimm. Allerdings, was die deutsche Nationalmannschaft ums Dummy zu sagen hat wollen, vor dem Spiel, kann ich jetzt auch noch nicht so genau, weiß ich nicht, was sie ums Dummy zu sagen haben wollen. Also, interessante Protestaktion. Nach dem Spiel, habe ich übrigens auch ein Foto, nach dem Spiel, auch das da aktuell. Die freuen sich halt noch. Zu Recht, sie haben großen Favoriten geschlagen. Ja, aber was sonst rund um die WM in Katar so los ist, das ist nicht alles andere als lustig, weil die FIFA verbietet mittlerweile auch Regenbögen. Also nicht nur Regenbögen, also alle. Also das Naturphänomen Regenbogen ist verboten von der FIFA. Sprich, wenn beim Platzbewässern sich da ein Regenbogen bildet, dann werden die Spieler sofort sanktioniert. Jeder kriegt eine gelbe Karte. Der Platzwart kriegt eine rote Karte. Also da geht es zu, in Katar ist Sex. Schauen euch das nicht an. Ein Bild habe ich trotzdem noch mitgebracht von mir. Ja, ein schmerzhaftes Bild, aber trotzdem irgendwie gelungen ist. Und zwar ist das Spiel vom Iran passiert. Folgendermaßen schaut das aus. Der Thornmann hat leider nicht weiterspielen können, aber es geht um die umsprechenden Umstände entsprechend gut. Nur, dass wir das auch noch haben. Kommen wir ein bisschen ins Land. Kommen wir ein bisschen zu uns ins Land. Und zwar möchte ich jetzt wieder Geschichten aus der Bananenrepublik erzählen. Ja, es ist unfassbar, was bei uns alles möglich ist. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Jetzt kommt ihr auf der Zunge zergerissen. Der da, der da, das ist Marco Titler. Wir kennen ihn. Marco Titler ist Wirtschaftslandesrat. Aber bald nicht nur. Nein. Marco Titler wird als Wirtschaftslandesrat, ich kann es nur noch einmal betonen, wird jetzt auch Wirtschaftsbund Obmann. Nein, nein, das ist kein Konflikt. Das darf man bei uns. Ja, das ist in etwa vergleichbar damit, wenn du in einem Fußballmatch Trainer von einer Mannschaft bist und gleichzeitig Schiedsrichter. So uneingenommen gehst du in die Sache auch nicht. Naja, was soll ich sagen. Geschichten aus der Bananenrepublik. Das geht ja noch weiter. Der ehemalige Pressesprecher von Sebastian Kurz, mir erinnere ich mich, der wird jetzt Mediensprecher für die gesamte ÖVP. Nichts Spektakuläres an sich, aber der Herr, über den es geht, gegen den laufen aktuell noch Ermittlungen zu dem Thema damals, diese Umfragewerte-Fälschungen da. So ein Teil für das Mediensprecher für die ÖVP wäre. Ich weiß nicht, das geht nur bei uns. Also das geht nur in Österreich. Und ein anderes Beispiel, willkommen in der Bananenrepublik, Langen bei Bregenz. Der Bürgermeister für Langen bei Bregenz hat zufällig ist der Hofrechter und zufällig haben sie jetzt, seit er im Amt ist, einige Großbaustellen im Dorf. Und zufällig hat er natürlich Aufträge gekriegt, die aus diesen Großbaustellen resultieren. Ganze 24% vom Gesamtvolumen sind zufälligerweise in der Firma vom Bürgermeister gelandet. Also Zufall. Also rein hypothetisch, stellen wir uns vor, der Bürgermeister hätte Einfluss auf die Vergabe der Aufträge. Rein hypothetisch. Dann wäre das ja Betrug schon fast. Naja, ich kenne mich nicht aus. Was soll ich sagen, ich kenne mich nicht aus. Ja, es hat da eine ÖVP-Abgeordnete, die Claudia Plackholm. Die Claudia Plackholm fordert jetzt einen Dick-Pick-Paragraphen. Für alle, die nicht wissen, was ein Dick-Pick ist, blenden wir kurz aus. Na, Spaß machen wir natürlich nicht. Dick-Picks sind bekannt. Ja, und das soll jetzt strafbar werden. Also wenn Männer ihr Ding fotografieren und andere schicken, das soll strafbar werden. Es wird in Zukunft einen Dick-Pick-Paragraphen geben. Da freuen sich die Beamten, wenn sie wieder einen neuen Paragraphen haben. Und die Beamten freuen sich zurecht, weil die Lohnverhandlungen sind umme. Und jetzt kriegen sie Beamtengehälter steigen um bloß 9,4%. Ich gratuliere recht herzlich. Niemand hat es mehr verdient wie ihr. Und die zwei Herren haben das ausverhandelt. Die freuen sich. Oh, ist das nicht lieb. Ja, super. Ja, kommen wir zum Sport. Zum Sport. Der SCR Alltag investiert mächtig. So richtig. Also SCR Alltag investiert. Nicht in Spielern. Das brauchen wir ja nicht. In Infrastruktur investieren sie. Aber Chöre. Spieler. Wer braucht schon Spieler? Chöre-Gehütten brauchen wir. Ja. Obwohl Spieler wäre jetzt so interessant. Anwehrfrei übrigens. Der da. Der wäre jetzt frei. Ja. Kostet so viel wie ganz Alltag. Also das Dorf, nicht die Mannschaft. Ja. Es ist wahrscheinlich nicht realistisch, dass der noch Alltag kommt. Apropos Kosten. Die Grünen. Hey. Das erste Mal, dass ich mit der Grünen einer Meinung bin. Sie wollen die Gießgebühr abschaffen. Ja. Die Gießgebühr ist das, was sie ja nicht zahlen müssen, wenn sie mir jetzt anschauen. Da gibt es kein Gieß. Der Gieß. Der Gieß ist eine andere Baustelle. Wenn sie mir sagen, sie sagen sie kostenlos. Ja gut, für das, was verlangen wäre, ist das Wahnsinn. Aber die Grünen, ich bin das erste Mal der Meinung von der Grünen, die Gießgebühr gehört weg. Was nicht weg gehört, meiner Meinung nach ist Bier. Und da gibt es einen Aufschrei durch Höschstreik. Ab Montag streiken anscheinend die Brauereien. Ja, ab Montag streiken die Brauereien. Also da, wie soll das gehen? Entschuldigung, aber und wenn die einmal streiken, dann ist was los im Land. Also dann passiert was. Wo sie noch nicht streiken, die Brauereien, ist Folgendes passiert. Ein Rollstuhlfahrer, das ist mit diesem elektrischen Rollstuhl, der eine Maximalgeschwindigkeit von 15 kmh hat, betrunken gefahren. Ja, jetzt hat er, als haben sie noch kontrolliert, im Elektrorollstuhl, haben sie kontrolliert, 1600 Euro Strafe. Allerdings hat das Landesverwaltungsgericht diese Strafe wieder zurückgezogen. Der Rollstuhl ist kein Fahrzeug. Wo sind wir gelandet, dass man jetzt Rollstuhlfahrer schon auf Alkohol kontrolliert? Ich meine, der muss fahren. Der macht das nicht freiwillig. Der muss. Und dürfte ein Mensch, der nicht laufen kann, nie was trinken? Nein. Finde ich nicht richtig. Was ich auch nicht richtig finde, ist das Bundesheer. Das Bundesheer hat für den Fall eines Blackout, wir wissen ja alle, erkundet, oder zumindest würden wir so lange verarscht, bis es dunkel wird. Das Bundesheer hat ein Blackout-Kochbuch herausgebracht. Das Bundesheer. Wo das Bundesheer bekannt ist für ihre gute Küche. Die hat ein Blackout-Kochbuch herausgebracht. Jedes Rezept anscheinend im Blackout-Kochbuch fängt auch damit mit dem Satz, man öffnet die Dose. Ja, also ich glaube nicht, dass wir da kulinarisch verwöhnt werden. Ja, liebe Leute, zum Abschluss habe ich noch eine gute Nachricht. Donald Trump darf wieder twittern. Ja, seit Elon Musk die Bude übernommen hat, hat er den Account von Donald Trump wieder entsperrt. Also er ist jetzt wieder online. Und jetzt dürfen wir uns die hochintelligenten Ergüsse des ehemaligen und vielleicht zukünftigen amerikanischen Präsidenten, dürfen wir uns jetzt wieder inizügen wie ein Twitter. Wunderbar, ich freue mich wie ein kleines Kind. Ja, liebe Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Herstet-Advent. Vergesst noch den Kerzchen anzuwenden. Denkt daran, am Montag wird die streikende Brauereien. Jetzt müssen wir ihn jetzt noch reinholen. Wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.